Meine besondere Patientengeschichte beginnt damit, ich kam zum Nachtdienst. Ein Patient kam in die Notaufnahme mit starken Bauchschmerzen, den wir dann ins CT durchgeschleucht haben, wo wir viele kleine Aufnahmen gemacht haben und wo sich dann festgestellt hat, dass er eine starke Blutung im Bauchraum hatte. Der Patient wurde sofort in den OP gebracht, wo er dann operiert worden ist. Ich bin zwei Stunden später in den OP-Raum gegangen, um zu sehen, wie es dem Patienten geht, weil es deutlich länger geht, als es eigentlich sein sollte. Dabei hat der Patient schon so viele Blutkonzernen gekriegt und es sah nicht wirklich gut für ihn aus. Man muss dazu sagen, ich habe gedacht, der Patient wird es nicht schaffen, bin rausgegangen. Am nächsten Morgen um 7 Uhr, als ich dann dort hingegangen bin auf die Intensivstation, saß der Patient vor mir und frühstückte und ich habe nur gedacht, ein Wunder ist geschehen. Ich dachte, er wäre eigentlich tot. Ich bin drei Stunden, als ich dann praktisch entgegegen, Ich bin drei Stunden, als ich dann wiederzufinden, Ich bin drei Stunden, als ich dann nicht so viele Blutung im Bauchraum hatte Abonniere liegt.